Alex hat die letzten Jahre in Jürgenberg gespielt, dort auch zeitweise zwei Jahre, drei Jahre Erste Liga, ist ein guter Freund von Gero Kretschmer und hat lange auf der ATP-Tour gespielt. Alex, weißt du noch, was deine beste Platzierung auf der ATP-Tour war? Ich glaube, ich war 220 in der Welt ungefähr. Er war 224 und das vor fünf Jahren, also er weiß es noch gut. Was waren deine größten Erfolge damals? Ja, sicherlich die Feindlangen an den Grand-Slam-Turnieren, das sind schon besondere Erfahrungen da, mit den großen Spielern einfach auf der Anlage zu sein und da Matches zu spielen vor großem Publikum, das glaube ich wünscht sich jeder Athlet einmal der Kampagne. Welche Grand-Slam-Turniere hast du gespielt? Alle bis auf die Jürgenberg. Alexander Flopp.